Du holst jetzt das Leder, das du noch baust. Du holst das Leder, das du noch baust. Schuhserei steht schon lange leer, aber Schuhe haben wir genug. Hey, wir haben den Eisenschmelzer gefunden, sehr schön. Das heißt, als nächstes eine Schwertschmiede bauen. Die hat dann hervorragend von den restlichen Gebäuden hier. Das Schäfer erfunden, du hast das Vorratszelt fertiggestellt. Dann bauen wir als nächstes bitte die Schwertschmiede. Die Schwertschmiede. Die Schwertschmiede. ja du schaff mir so ungefähr 15 wolle herbei da darfst du mal wieder auf die jagd gehen so unsere träger hier kann trainiert werden ja 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 naja alles außer weizen kriegst du gerade hier da würde ich ein teures unterfangen mit denen hier freundschaft zu schließen aber wir brauchen weil wir brauchen das holz allein schon und gold vielleicht auch noch ich hoffe einfach war das kleiner trupp also 20 schwertkämpfer und 15 bogenschützen ausreichen und mit den restlichen regen kriegern fertig zu werden das ja eh nicht mehr alles nur elite sind oder meister sind weil die wichtigsten sachen also leder holz und gold kann ich bei ihnen einkaufen nahrung ist das was ich am wenigsten brauche du solltest mir aber dann langsam mal wieder leben sammeln weiter leben geht mir langsam ausmerkt so geschirr haben wir jetzt mehr als genug nur kein leben wird Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, und der ist so nett und liefert gleich das Eisen zu Schwertspiele. Gut, dann geht das etwas schneller. Gut. Unser Steinmetz kann auch trainiert werden. Du wirst bitte Zivilist. Ja, jetzt hier ist Lebenssammler. Ja, jetzt hier ist es so. Hey, und das erste von 25 Schwerter ist fertig. Und das war falsch. Du nochmal zurück in die Schule. Du musst Steinmetz lernen. Lebenssammler war für den Eisenschmelzer. Haben wir ja zugeschaut, die Holzversorgung zu stimmen. Das war's für den Eisenschmelzer. ach du hast also du warst rast aus steinmetz da und verheiratete haben wir genug und verheiratete frauen nicht gut so du ziehst da ein du wirst goldsucher hier du bringst wieder leben gut ja auf möbel müssen wir halten der weide verzichten ja Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Du kannst trainiert werden Ja Oh Äh, du? Das ist wieder Jäger erstmal Ja, wir haben erst genug Wolle So, der ihr Schlafplatz ist auch fertig Du bist hungrig, das heißt, du gehst zurück nach Hause Gleich mal noch eine Webstube Also ja, dein nächstes Bauobjekt gleich mal festlegen Der Rest ist dann relativ In welcher Reihenfolge es gebaut wird Äh Äh Wir sehen uns beim nächsten Mal.